Da geht's rein. Kann ja da noch tauschen, na dann. Brustkampf teilnehmen, Zeit mit 10 Minuten. Na dann. Brustkampf teilnehmen. Abteilgenau. Halten. Okay. Das lädt ihr nochmal, okay. Uh, Zwischensequenz. Wenn wir jetzt sterben, kriegen wir dann unseren Loot draußen wieder? Keine Ahnung. Uh, Bubis. Die haben ja lieber gewackelt. Aber Bubis. Das sind sportliche Bubis. Es gibt übrigens auch Elementvorteile, ne, in dem Spiel. Das dachte ich mir fast drauf. Vorher, wie du gesagt hast. Ja, Elektro. Das ist gegen Elektro gut. Okay, ich glaub das können wir ja gar nicht einsammeln. Weil das wirklich einfach ein Kampf ist. Ähm, weiß ich nicht. Okay, äh, erstmal wieder spawnen, ne? Ja. Jetzt sind wir mit 10 Minuten Zeit da drauf zu pülsen. Vorsichtig. Aber 41.000 HP. Naja, ich mach ihm 40, wenn ich hier so einen Flammenwerfer benutze. Ja. Du machst ja Flammenwerfer nicht ausgerissen. Aber mein Bohr macht ihm 200. Ähm. Nutzen wir doch das hier. Was ist denn? Bist du gestunt worden? Ja. Du musst mit Steuerung ausweichen, ne? Oh, Eis gefroren. Die Uhr ist weg. Heil bin ich. Ach so, ja, ein Heilvieh. Ich hab's eingefroren. Na gut. Ich hab mich heilen lassen von meinem Dings. Ha. Du hast einen Lammbal mitgebracht. Das ist eins meiner stärkeren. Nur vom Level her. Kann bestimmt auch was. Ich hab auch einen Level 2. Oh, das kommt für mich. Das mag bei mir nicht besonders, ja. Ja. Das ist ein Lammbal, wie es rollt. Lammbal, du was? Nein. Ja. Ich hab auch den, den, äh, mit 2 Panty mitgenommen. Nur weil der heilt. Aber der hat mir jetzt schon 400 XP, äh, äh, XP gebracht. Das hat's voll gepackt. Hoa ist leider down. Ja, aktuell sieht's vom, vom Damage her gut aus, wenn das nicht noch irgendwie ein... Die Zeit sieht's halt nicht ganz gut aus. Wieso? Wir haben noch 7 Minuten 50 und wir sind bei der Hälfte. Also wir sind schon deutlich unter zwei, unter einem Viertel. Das Lammbal ist gleich down. Na, nimm den Rost doch rein. Na, nimm den Rost doch rein. Aber das... Das ist mir ja nix. Das muss ja früher oder später wieder raus. Aua. Ich hab auch nicht, dass die anderen so viel besser sind. Ja, die Lipplung rennt weg. Ach nee, das ist von weitem, okay. Macht mehr schade als ich. Weg. Bei dir ist auch wirklich eher gedacht, dass wir nicht hier kämpfen und wenn man sie... Vielleicht. Aber wir haben ne Waffe, warum sollten wir nicht kämpfen? Ich mach mit jedem Schuss irgendwie 100 Damage. Ich geh bloß den Dreierbogen jetzt, ne? Ja, das machen wir. Ich hab sogar noch 150 gemacht. Seine Lipplung ist gerade platt übrigens. Ja, das ist schon 30 und... Ah, eingefroren, als er sein Sniper-Ding-Shit machen wollte. Näh, näh, näh. Näh, näh, näh. Ach, chillet hält ein bisschen was aus, hab ich das Gefühl. Gegen den. Ja, auch deutlich krasser irgendwie von dem... ...schunbevel, ja. Der geht halt nur fast nie auf den Chillet und so. Ach so, ist jetzt auch schon wieder fast fertig. Oh, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte dich haben. Ja, wir generieren sich aber im Coco Ball auch nicht, ne? Glaub nicht, ne. Hier geblieben. Damage! Flammenwerf. Also, was machst du? Steht einfach so dumm rum. Komm mit da rein. Heil mich, Fanti. Äh, ich glaube es ist gebugt. Oder auch nicht. Ich hab keine... Jo. Hier. Ich hab vielleicht keine... ...keine Waffe mehr. Also, ich kann nur noch mit... ... mit Nahkampf. Nahkampf! Sagen wir dir hier drauf. Ich brauch noch keinen hier. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, weil ich alles tanke hier. Oh das zu wollen. Hehehehe. Nee. Hehehe. Hehehe. Nee. Hehehe. Ich hab noch Muni, aber... Ich hab langsam kein Leben mehr. Aber du kannst mir auch... ... auch reinnehmen. Jörg. Hehehe. 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 Eigentlich holte ich nicht Fanti draußen. Aber regeneriert Fanti. Wer mit? Hehehe. Auch mit dem... Oh Gott. Was ist hier denn es gibt? Das ist ein... Hehehe. Hehehe. Aua. Aua. Das funktioniert nicht. Ha. Du, am meisten tämisch hast du gemacht. Aaaaah. Dark Souls Modus activated. Mit deinem Dreier? Hast du schon gut? Dark Souls Modus activated. Ich bin ausgewichen. Ja, ja, sag ich. Dark Souls Modus activated ist da. Aber wir haben noch 4000. Das ist aber ganz gut, das ist doch schon. Ja, ja. So richtig im Moment macht, ja? Guck. Du hast hier Dingens Rolls. Get him! Oh, das war die Falsche. Dann ich roll. Hau ihn! Ich empfehle mit Master, Tastatur und mit Controllers. Haben wir das schon mit dem Dane drauf? Na, du Aiding geben für das Ding. Hehehe. 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 Peace. Hup hopp. Hehehe. Hehehe. Ja! Erster Bossig. Hehehe. Weiß nicht, ob das... Ähm, die Elite übrigens auch rum. Waffenbruch, okay. Aber wir haben es geschafft! Hup, hup! Auf, jetzt auf den Turm! Schnellreißung. Ähm, ja, aber... Auf den Turm? Ja!